Genau. Ach, ist noch ein Spruch. Was gelernt, du Mann? Hälfte! Dieses scheiß Mikro holt nicht. Nichts ändern. Das ist nicht richtig. Aber es hält. Willst du mein Auge abnehmen? Meine Ohren sind zu klein. Das ist Gott sei Dank das einzige... Organ. Äh, 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 äh. Läuft noch oder ist schon seit 30 Minuten vorbei? Ich hatte einen Frosch im Hals. Nochmal. Muskulös ist er eigentlich auch nicht. Ja, auch... Äh... Echt, ja. Findet ihr das, ja? Es ist so, dass man durchaus wissen sollte, dass es im Jahre 22. 21. Yo, bitch! Also irgendwie Bravado mit reinbringen und geile Scherz. Richtig? Gerne. Ja, auch... Äh, äh... Weiter. Weiter. Vomit ihr Text? Mit dieser weiß! Lass uns gegenseitig auch Raum und, und, und machen uns nicht runter. Schnauze! Sie haben hier so einen Knubbel, Herr Lummer. Blablabla, im Jahre 21. Und ich finde immer, finde nach wie vor, ich habe gerade voll den Faden verloren. Ich will nicht immer auf diesem Schwangerschaftsding so rumreiten, auch wenn es natürlich... Piss, ah! Torett, Corona-Torett. Ja. War sehr viel Bier im Spiel. Penis! Jetzt musst du es rausschneiden. Illustre Fusenbisse! Wie, was? Das ist ja lebensgefährlich. Subway to Sally, Corona-Show fällt aus. Schlagzeuger bricht sich den Arsch auf Kiste von Sänger. Ich will das mal rotieren. Wirft ja erst, oder? Nein. Achso. Das ist ja so dein Ding. Da achtest du ja drauf. Hast du ein Auge für? Jetzt soll ich auch mal ins Bild kommen, bitte. Das läuft gerade. Doch, komm. Komm nur mal, Kati. Das dritte Auge. Komm, Kati. Kommst du hierher? Arti, du ziehst dir Glitzersack aus und machst dir ein Bart aus Gaffa-Tape und gehst auf die Bühne vor Tausenden von Menschen und jetzt ziehst du dich hier. Kommst du hierher? Unsere Fans haben ein Recht darauf, dich zu sehen. Drehschluss! So, danke.